Willkommen in diesem wunderschönen Porsche Cayenne mit Luftfederung. Wir freuen uns über den Besuch bei Autos Bissmann. Weiche Lederpolster in schwarz sorgen auf den Komfortsitzen für Bequemlichkeit. Das elektrische Schiebedach, die automatische Klimaanlage, Sitzheizung und die abgeduckelten Scheiben hinten sorgen für wohliges Innenklima. Besonders angenehmes Fahren bietet die Luftfederung. Für Ihre Sicherheitssorgen ABS, ESP, 6 Airbag, Xenon Scheinwerfer mit Regensensor und Scheinwerferreinigungsanlage, der Parkpilot vorne und hinten und die Nebenlampen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Komfortausstattung umfasst ein CD-Radio mit CD-Wechsler, Navigationssystem PCM mit Telefonmodul, Bluetooth und Touchscreen, elektrisch verstellbare und elektrisch anklappbare Spiegel, 19 Zoll Leichtmetallfelgen, eine abnehmbare Anhängerkupplung und die automatische Hellklappe. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autosilbe gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss!